Ultra-Sterther, mit... wie soll ich mal... Na gut, ähm... Ich seh jetzt hier überhaupt keinen Diva, weiß ich nicht. Willkommen auf unsere Marken, potenzieller Kunde. Oh, da steht... Vielen Dank für Ihre Wissen. Weiß ich halt nicht. Sonst sagt einfach Bescheid, wenn ihr ihn seht, ich versuch mal zu gucken, welche das ist, welche ich dann bekomme. Ob ich den irgendwie bei dem Guide wiederfinden kann. Machen wir noch Ready-Check, oder? Sind sowieso alle bereit? Na, mal lieber testen. Nicht, dass wir überhört haben, dass ich sie einmal was kriegen wollte. Dann hat die Teil noch jemanden verbraucht. Da siehst du. Gary beispielsweise. Ja. Gut, dann pull ich in 3, 2, 1. Mit dem blauen Debuff, den wir kriegen, ähm... Ja, der... der ist ja irgendwie hoch, das ist... Ja. Aber das sollte eigentlich sowieso dann gehen, wenn, äh... ...die Abspott ist. Der sagt einfach nur, wenn du 10 Stacks hast, komm laufen. Ja, das dauert... das dauert jetzt ja noch 44 Sekunden, also bis... Ja, der ist neu. Aber jetzt... Ich hab ein bisschen SICK kurz... Er ist schon da gewesen, nicht, ne? Ja. Dann machen wir mal das Männchen. Geht eigentlich auch mit seiner Lebensanzine, 180 Kast, das ist nicht so ein Meister. Äh, Sigmund, sie dispeln, der hat den Debuff, der kann sich nicht so füllen, bin ich der Meinung. Ja, wir laufen auf dem Debuff. Ja, wir laufen auf dem Debuff. Ja, wir laufen auf dem Debuff. Schön, schön außen stehen mit dem Debuff, wenn ihr den habt. Gary laufen ein bisschen raus. Bisschen rauslaufen, dann, 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 dann dispeln die Kalle. Dann geht nämlich, geht nämlich, geht nämlich dieses gelbe Ding und das muss schön außen hängen. Mir wird überhaupt kein Debuff angezeigt, oder? Ja, jetzt bin ich auch gerade wieder eingekaltet. Ja, du hast, vielleicht hast du eingestellt, dass nur die angezeigt werden, die du spellen kannst. Gibt's da irgendwas mit Stacks, weil ich hätte jetzt schon 7 Stacks Inkubation. Ja, das ist normal, das ist normal. Äh, jeder kann ja gespielt werden. Gary, muss ich mal gespellen, weil sonst stirbt der, oder? Ich hab doch schon auf mich gespelled, aber passiert nichts. Äh, das sollt ihr aber eben auch mal machen, oder? Ja, dann wird das Ding irgendwo abgelegt, du musst es ja machen. Aber das ist halt, äh, optimal außen ablegen, weil, wenn das Ding auf der Blumen ist, bist du am Arsch. Zum Beispiel noch, weißt du? Nix. Nix. Ah, ist der, muss das rechte? Nix. 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 Meiner, ich hab auch hierắp Forbes. Äääm, dies Americans... Wahrscheinlich her dann zu sein. Pficiente abnehmen! Heel Charm. Was denn das Moatchen? Also. Ne, der Gha? Das Moatchen die Abnehmer her so. Ne ne. Der OLED der Москв Contin ist hochstrecken. Heel Charm. Man hältst 25% das ReadeBox sind ein Moinchen histo. Ja, sind deutlich besser als das letztes Mal. Raim ist da. Na ja, geht ablegen. 34. Raid boss. Ja, ich komme ja eher, wenn ich hochstack bin, oder? Äh, leider nicht. Einfach im Hauptkampf. Naja, das passt. Das 5, ja. Kommt irgendwas gerade hinten angelaufen, da kommt irgendein Random. Ja, das sind wahrscheinlich diese Ender-Männchen. Ah, jetzt müssen wir den Umnidok, jetzt müssen wir den Umnidok. Wahrscheinlich haben die eben auch killt, die Dinger. Ja, ja. Jetzt kommt der Männchen, ja, er ist down. Männchen steht aber nur da. Ja. Ja, Männchen kommt, scheiß drauf. Ja, Männchen kommt, scheiß drauf. Dritte Post hier ist mega hart, ich hab ja mal den Guide durchgelesen, das geht gar nicht, ey. Warten wir auf den Weakley-Pass. Meint ich ja. Was ist denn da noch aufs 8 angezeigt? Das ist doch eigentlich. Das ist immer so. Na. Alter Deko. Können wir gut für die Gilde brauchen, oder? So vielleicht. Die Gilde hat schon abgeschirmten Datenkern. Ja, einmal reingetan. Ein Leben? Ja. Aber ich hätte das zum Beispiel beispielsweise auch gern einmal einen. Aber das Gildenschiff hätte das auch ziemlich gerne. Das Gildenschiff kann eins haben, weil es schon eins hat. Ja, aber es braucht nur mehrere. Das bringt ja einen Teil davon. Kann man die nicht freischalten? Nein, das kannst du mit 90% der Deko leider nicht. Aber ja, dann verwirrst du es halt. dassistersicher nicht der An postal vom Bild schaukt. Es wäre herzlich an als erstes Fall dabei. Man hat sich währenddessen als Euratiger,